Halli, hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem kleinen Info-Video. Und zwar meine lieben Freunde, zuallererst Instagram bin ich jetzt aktiv, folgt mir da, Link ist in der Beschreibung, folgt mir, folgt mir, macht mir die 2000 voll und dann seht ihr mal schöne Bilder und ja. Nummer 2, im Januar findet ein richtig geiles Gaming-Event von Revi in Oberhausen statt, da bin ich auch am Start, deswegen kauft euch Karten, Link ist in der Beschreibung, da sind mega viele Leute, unsympathische V, Bibernator, Simon Unge, Kronk, ne der ist nicht da, genug Leute, kommt da vorbei, vielleicht treffe ich ein paar von euch, das wäre mega nice und es wird auf jeden Fall richtig geil, kauft euch, kauft euch, kauft euch die Tickets, Link ist in der Beschreibung und schaltet auf jeden Fall heute um 18 Uhr den 24 Stunden Stream von Revi ein, das wird mega nice und ja Leute, das war eigentlich alles, kauft euch die Tickets für Oberhausen, ich wäre mega glücklich, wenn ich ein paar von euch sehe und allgemein, das wird ein richtig geiles Event. Tschüss. 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 Tschüss.